So sieht das Haus des wohl coolsten Großvaters in Ungarn aus. Der Mann in Heleschva hat zehn Enkelkinder und 40.000 Lichter in seinem Garten. Seit mehr als 25 Jahren ist die weihnachtliche Beleuchtung sein Hobby. Das Weihnachtshaus wurde eine berühmte Sehenswürdigkeit in Ungarn. Viele Familien machen jedes Jahr eine Tour nach Heleschva, um die Weihnachtslichter zu sehen. Das Haus ist ansonsten zu verkaufen. Ob mit oder ohne Lichter, eine gute Frage. Auch nach Weihnachten erstrahlt das Gebäude noch in zehntausenden Lichtern.